Achtung, kleiner Werbespot in eigener Sache. Migros verkauft Sie 2015 Ihre Plastiksäcke für 5 Wrappen, zum Plastik sparen. Trotzdem kommen jedes Jahr über 500.000 Franken zusammen und die Migros spendet das Geld an ausgewählte Umweltorganisationen. Und wir sind unter den Top 4. Und ihr könnt jetzt online den 1., 2., 3. und 4. Platz bestimmen. Mit deiner Stimme kommen wir auf den ersten Platz und haben die Chance, 170.000 Franken zu gewinnen. Mit dem Geld können wir wichtige Umweltfilme für Erwachsene, für Kinder und für Jugendliche zur Verfügung stellen. So kann Filme für die Erde mehr Menschen erreichen in den nächsten Jahren, um zu zeigen, wie die Gesellschaft auch nachhaltig funktionieren könnte. Also klick dich rein. Vielen Dank für deine Stimme.